Ja, verdammt nochmal. Das ist eh noch drin. Blödsinn. Was soll ich, ja? Ich denke, ob ich das jetzt wieder nehme, 10% meines Schadens absorbieren. So. Oh. Ich denke, wenn ich Leben zurück. Dann kann ich das, glaube ich, nicht mehr auf den Boden setzen, sondern muss das auf einen Feind wirken. Wenn's jetzt zwar ist, oder? Ja, genau. Ja, genau. Na gut, das ist auch nicht so tragisch. Seh ich dann eh. Okay. Und weiter geht's. Zur Not können wir noch ein bisschen rumbasteln. Ist ja nicht so. So. Jungs, Mädels. Draubhauen. Wie man so schön sagt. Ja. Oh, ich schiss schon. Mach mit. So. 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 Das war ein bisschen immer schade, oder was? Das ist ja eine Mammothschade. So. Wat? Die Hunde liegt schon los. Das ist ja echt lächerlich da. Am vierten wäre ich schon weg. Nein, 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 nein! Wow, ich bin nicht ausgewichtigt. Was? Lauf, 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 lauf! Lauf, lauf, lauf! Geh weg da! Okay! Boah, ist das ein Arsch! Wir sind ein Arsch! Boah, ich glaube, ich kann jetzt noch mal helfen, ich bin noch mal raus. Nein, geh weg! Auf damit! Ja, natürlich! Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Boah, siehst du wirklich aus da aus? Hilfe! Wow! Verdammt, er geht weg! Verdammt, er geht weg! Verdammt! Ah, geh weg! Ne, ne, ne... Eie, ne, 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 ne... Nem, wie er sich immer genau hierhin bautet. Schön in der Windplan. Ah, doch doch mal. Was ist so ein Scheiss jetzt? Wow. Das schafft man, das schafft man, das schafft man. Ah, ich beschäftige mich zu sehr mit den ganzen Apps. Nein, 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 nein. So, das war jetzt so fändig. Oh, da muss ich wieder, da muss ich wieder. Ah, nicht. Oh, das ist ja. So, das ist ja. Das ist doch so. Oh, das ist ja... Oh, das ist ja... Oh, das ist ja... Wow! Wow! Lauf wieder! Den hat er nicht mehr zu. Da ist er nicht mehr zu. Wow! Echt geiler Fein, muss ich schon sagen. War nicht schlecht. Ja, da legst du jetzt direkt die blöde Sau. Ist nicht schlecht das Ding. Aber irgendwie ist mir das doch viel lieber. Das kann ich hinlegen und gut ist. Braucht mehr Zeit. Ist mir doch ein bisschen lieber. Von das hier erwischt mehr dabei. Das andere immer nur eins. So viel Leben hat man das gar nicht gebracht. Ich bin... So, er ist. Sehr gut. Rein da. Gut, ich hoffe jetzt hat es wieder gefallen. Nächstes Mal schauen wir halt, ob wir... Oder was? Könnte ich eigentlich gleich auch schauen. Stab eher. Schauen wir mal. Moment. Was hast du denn derzeit überbahnt? Ja, hab ich dir auch einen Stab gegeben. Schwert. Schwert. Ich könnte ja eventuell ein Schwert auch herstellen. Oder so wie das Schwert hier ist. Das hat ja eh keine Beschränkung. Auch. Ich hätte ja gerne mal ein altes Schwert geben. Daran habe ich nicht gedacht. Oder... Ach, ich kann mit 55 wieder ein Mojo herstellen auch. Ja, das machen wir jetzt noch schnell. Natürlich. Noch mehr Schaden pushen. Na klar. Boah, was wir da jetzt rausholen noch hätten können. Nein. So. So. Klar, bisschen Zeit haben wir noch. So. Weg, 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 weg. So. Jetzt ist alles schlechter. Das Mojo natürlich auch. Na klar ist das alles mieser. So. Und Mojo habe ich gesagt. Keine Ahnung. Machen wir da halt auch schnell. 20. Da ist da was dabei. Und ich glaube während du bastelst... Nein, kann ich natürlich nicht weiter schauen. Dann hätte ich geschaut, ob da irgendwas cooles für sie dabei ist. So, was haben wir hier? Oh, da ist schon 603 Schaden schon mal mehr. Obwohl da gar kein Stein drin ist. Da, 690 mehr. Da verlier ich natürlich Leben. Ich hätte gern irgendwas, wo ich Leben auch noch drauf habe. Ach, wir sind schon da. Kann man schon mal einiges machen. Komm, da muss ja irgendwas mit Ausdauer auch kommen. Also mit Vitalität. Schmied. Streng dich an! Du enttäuscht mich! Ach, Schmied, 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 Schmied. Schmied, Schmied, Schmied... Du hast mich echt enttäuscht. Enttäuscht. So, was? Tausend? Ich verlege knapp 4000 Leben. Das behalten wir uns mal in der Hippahand. Was habe ich hier? Gnitische Trefferchancen um 4,5%. Aha. Er ist trotzdem besser als das. 700. Schmied. Du bist ein dreckiger Noob. So, das üben wir gleich nochmal. Keine Ahnung, machen wir nochmal 20. Wir haben es ja. So. Ach, komm. Kannst du stell mal was mit Vitalität her? Ja, gut, super. Ja, jetzt. Weniger Schaden, du. Boah. Du skilllose Schmied, du. Warte, warte nochmal. Das würde ich ja noch anziehen. Das ist ja minimal besser. Nein, nein, nein. Schmied, Schmied, Schmied. Was soll ich bitte tun? Boah. Okay. Hm. Ich will jetzt nicht unbedingt einen Vitalitätsstein reinmachen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Ich würde ja einen Damagestein reinmachen. Da habe ich gerade einmal 4,4 mehr. 46 Inchstein rein. Hm. Das wird mir halt schon geil gefallen. 1000 Schaden mehr. Aber dafür wieder weniger Leben. Das wäre halt beim Skelett-König jetzt tötig gewesen. Der hätte mich dann öfters jetzt umgebracht. Oder ich nehme es so wie das. Boah. Ja, teilweise guter Schaden gepusht. Oder so wie hier. Toll. Gleich viel Leben. Weniger Schaden. Ich hebe mal die 3 da unten auf. Überlege mal das bis zum nächsten Mal, wie ich das am besten mache. Ich muss sowieso wieder bessere Steine herstellen. Hatte ich diesmal leider keine Zeit, sonst hätte ich es schon gemacht. Die hebe ich mir auf. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas draus passen können. Vielleicht nehme ich ja doch noch diesen. Schauen wir mal. Ich lasse die jetzt mal im Moment da. Dann weiß ich ja eh wieder Bescheid. So, das war auch weg. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ja. Abo, Kommentar, Daumen nach oben. Sehe ich alles gerne. Würde mich auch freuen, wenn ihr mich weiterempfehlen würdet. Mich weiter teilen auf diversen Plattformen. Und ja. Dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Also, macht's gut. Ciao. Euer Grafos.